Hallo, schön, dass du wieder da bist. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Twitter und welche tollen Möglichkeiten du hier hast, neue Kunden zu gewinnen. Falls du noch keinen Twitter-Account hast und falls du vor allem deine Mitbewerber auf Twitter aktiv vorfindest, würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, dir gleich einen Account anzulegen und ein Profil zu erstellen. Wie du ein professionelles Profil am besten erstellst und wie du Twitter am besten für dein Unternehmen verwenden solltest, zeige ich dir alles jetzt in dieser Präsentation. Twitter wird von vielen Unternehmen unterschätzt und kann sehr gut für die Gewinnung von Neukunden verwendet werden. Twitter wird primär von Privatpersonen genutzt, doch auch Unternehmen sind auf Twitter aktiv. Für private Nutzer steht der Informationsgehalt der Plattform natürlich an allererster Stelle. Auf Twitter gibt es regelmäßig die aktuellsten News aus aller Welt. Die Personen auf Twitter können sich untereinander austauschen und selbst ihre Meinung zu den Themen ihrer Wahl dann abgeben. Was du auch wissen solltest, für viele private Nutzer ist auch entscheidend, auf Twitter einen direkten Kontakt mit den eigenen Vorbildern und Stars dieser Welt haben zu können. Eine Frage, die uns zu Beginn zum Thema Twitter oft gestellt wird, wie funktioniert Twitter? Im Grunde ist es eigentlich ganz einfach. Die Inhalte auf Twitter werden dir als Nutzer in deiner persönlichen Timeline präsentiert. Der Algorithmus von Twitter präsentiert dir die Tweets, die für dich am interessantesten sind. Für die Timeline ist entscheidend, wem du auf Twitter folgst und mit wem du auf Twitter interagierst. Zusätzlich stellt dir Twitter unter dem Trends-Button auf der linken Seite die aktuellsten Tweets zusammen, die wiederum auf dich und deine Interessen zugeschnitten werden. Auf Twitter kannst du anderen Nutzern folgen und diesen wieder entfolgen. Außerdem bietet Twitter auch die Möglichkeit, innerhalb der Plattform private Nachrichten zu senden. Damit du die Plattform Twitter in Zukunft besser verstehst, lass mich dir zunächst einmal die wichtigsten Begriffe für Twitter erklären. Wie du bei jeder Social-Media-Plattform siehst, gibt es auch hier bei Twitter einige Begriffe, die man kennen sollte. Deshalb werfen wir einen kurzen Blick auf den Tweet und den Retweet sowie den Hashtag. Erstens, was ist ein Tweet? Tweets sind kleine Nachrichten mit maximaler Länge von 280 Zeichen, die du als User bei Twitter absenden kannst. Die Tweets können einfache Textnachrichten sein, als auch Wort-Bild- und Wort-Video-Kombinationen. Zweitens, was sind Hashtags? Hashtags helfen dir dabei, deine Posts innerhalb von Twitter zu kategorisieren. Richtig formulierte Hashtags sorgen für deutlich mehr Reichweite. Da auf Twitter User oft nach bestimmten Hashtags suchen. Sobald du deinen Tweet einen Zusatz via Hashtag verpasst hast, werden deine Tweets also nicht nur in deinem Profil, sondern auch unter dem jeweiligen Hashtag gefunden, was für zusätzliche Reichweite sorgt. Deine Hashtags sollten natürlich thematisch zu deinen Tweets passen. Drittens, ein mächtiges Werkzeug der Plattform ist der Retweet. Twitter lebt primär von der Interaktion der User untereinander, was mit Retweets enorm angekurbelt wird. Wenn du einen Tweet auf der Plattform retweetest, dann teilst du diesen automatisch in deiner Timeline. Den Tweet kannst du dann kommentieren oder unkommentiert lassen. Was bei einem Retweet passiert, ist simpel. Ein Teil deiner Follower sieht nun diesen Tweet. Diese wiederum können den Tweet selbst retweeten, was dazu noch zu noch mehr Reichweite führt. Hat ein Tweet entsprechende Relevanz für eine gewisse Zielgruppe, hat er auf Twitter die Chance, sich sehr gut auszubreiten. Natürlich bist du gut beraten, diese Chance mit deinem Unternehmen bestmöglichst zu nutzen. Kommen wir zum nächsten Thema. Wie erfährst du, was auf Twitter gerade Gesprächsthema ist? Vielleicht hast du auch schon mal den Spruch gehört, über was wird gerade auf Twitter gezwitschert. Im Laufe des Tages zeigt dir Twitter auf, welche Hashtags gerade trenden. Das heißt, Trending Hashtags sind Hashtags, die innerhalb kürzester Zeit häufig genutzt wurden. Sofern die jeweiligen Hashtags auch nur ansatzweise relevant für dein Unternehmen sind, kannst du natürlich versuchen, in die Konversationen rund um diese Hashtags mitzumischen und in Gesprächen mit der Community zu interagieren. So machst du sehr einfach auf dein Unternehmen in den richtigen Bereichen aufmerksam. Es gibt kaum ein Thema, über das nicht auf Twitter getweetet wird. Von sportlichen Großereignissen über wichtige politische Entscheidungen bis hin zu aktuellen Geschehnissen. Auf Twitter findest du fast immer jemanden, der über die Themen tweetet, die uns im Alltag bewegen. Wie kannst du dich mit deinem eigenen Unternehmen hier nun bemerkbar machen? Zuerst einmal ist wichtig, dass du herausfindest, welche Themen für dein Unternehmen relevant sind. Wesentlich ist auch, zu welchen Themen sich deine eigene Zielgruppe regelmäßig austauscht. Über die erweiterte Suchfunktion auf Twitter kannst du sehr genau nach deiner Zielgruppe suchen. Wenn du die Funktion noch nie genutzt hast, solltest du das mal austesten. Du wirst überrascht sein, wie viele relevante Gespräche sich hier für dein Unternehmen finden lassen. Kommen wir zum nächsten Thema. Twitter vs. Facebook. So funktioniert Twitter im Vergleich. Page-Like-Ads wie auf Facebook gibt es auf Twitter nicht. Die eigene Community musst du Follower für Follower selbst aufbauen. Genau bei diesem Punkt entsteht bei vielen Unternehmen einiges an Frustration. Denn viele verwenden Twitter genau wie Facebook, weshalb man nicht den gewünschten Erfolg einfährt. Twitter funktioniert ganz anders, da dort komplett eigene Inhalte produziert werden müssen, um erfolgreich zu werden. Die Nutzer der Plattform möchten sich in erster Linie in Echtzeit austauschen. Unternehmen, die sich nicht an diese Regel halten, bleiben nicht im Kopf ihrer Zielgruppe und erreichen auf Twitter nicht das, was sie erreichen möchten. Eine Frage, die uns auch sehr oft gestellt wird, wie baut man Reichweite auf Twitter auf? Interaktionen sind für den Erfolg auf Twitter der entscheidende Faktor. Du musst kommentieren, Likes verteilen, tweeten und retweeten. Das ist die Währung auf dieser Plattform. Nur so kannst du den anderen Usern signalisieren, dass du dich auch für ihre Inhalte interessierst. Wenn du das nicht zur Hand hast, solltest du dich nicht wundern, weshalb die Anzahl der eigenen Follower nicht ansteigt. Sicherlich stellst du dir auch die Frage, wie oft pro Tag sollte man einen Tweet absenden? Die Antwort lautet, es kommt darauf an. Jede Zielgruppe funktioniert unterschiedlich. In jeder Branche gibt es verschiedene Events, zu denen es Sinn macht, aktiv zu sein und in kürzester Zeit mit möglichst vielen in Kontakt zu treten und dadurch natürlich auch die Zahl der eigenen Follower zu erhöhen. Vergessen solltest du auch nicht, dass viele Echtzeit-Events auch einfach spontan geschehen und nicht geplant werden können. Wann es in der eigenen Branche und in der Welt als Ganzes hoch hergeht, ist und bleibt nicht planbar. Auf jeden Fall solltest du zu den relevanten Events dein Gezwitscher auf ein Maximum hochfahren und dich an den Gesprächen unbedingt beteiligen. Zwei Fragen, die uns zum Twitter sehr oft gestellt werden. Was ist die richtige Menge an Tweets pro Tag und wann ist die beste Zeit zum Tweeten? Zur Frage 1, was ist die richtige Menge an Tweets pro Tag? Ich empfehle dir mindestens ein bis drei Tweets pro Tag, beziehungsweise sieben bis einundzwanzig Tweets pro Woche. Viel wichtiger als die Anzahl der Tweets ist allerdings die Interaktion, die bestenfalls nach dem jeweiligen Tweet geschieht. Zur Frage 2, wann ist die beste Zeit zum Tweeten? Die Frage nach dem Wann kann pauschal nicht beantwortet werden. Die richtige Frage lautet, ist die eigene Zielgruppe tagsüber oder eher am Abend aktiv? Unter der Woche oder eher am Wochenende? Ist es wichtig, die Zeit der Tweets unbedingt an die eigene Zielgruppe anzupassen? Wenn etwas Spannendes in deiner Branche oder gar auf der Welt geschieht, solltest du diese Chance unbedingt ergreifen und schnellstmöglichst die Konversation mit deiner Zielgruppe suchen. Kommen wir zur nächsten Frage, die uns sehr oft gestellt wird. Welchen Personen soll man auf Twitter folgen bzw. entfolgen? Nahezu alle, die auf Twitter beginnen, setzen sich natürlich auch zum Ziel, mit den ganz dicken Fischen der eigenen Branche via Twitter zu interagieren. Das ist nicht nur für die eigene Reputation gut, denn ein Retweet hat natürlich auch das Potenzial, die eigene Followerschaft auf einen Schlag enorm zu erhöhen. Das Problem ist jedoch, je größer die Anzahl derer wird, denen du folgst, desto schwerer wird es im eigenen Homefeed, den Überblick zu bewahren. Und genau hier kommt für dich eine nützliche Listenfunktion zur Hilfe, mit der du die Leute, von denen du auf keinen Fall einen Tweet verpassen und schnell antworten willst, sammeln kannst. Anstatt per Zufall auf den Tweet der jeweiligen wichtigen Personen in deinem Homefeed zu stolpern, kannst du gezielt den Überblick wahren und möglichst zeitnah interagieren. Wichtig ist auch, dass du Twitter gekonnt in den Tagesablauf deines Unternehmens integrierst. Wenn du Twitter erfolgreich und langfristig mit deinem Unternehmen nutzen möchtest, dann solltest du unbedingt nahezu täglich tweeten. Wichtig ist vor allem die Kontinuität, dass du zum Beispiel nicht wiederkehrend wochenlang keine Präsenz auf Twitter zeigst. Wichtig ist auch, dass du dir das so organisierst, dass es in der Praxis dann auch nahtlos funktioniert. Wenn du auf Twitter wirklich erfolgreich werden möchtest, dann solltest du einen Redaktionsplan entwerfen. Auch wenn es langweilig klingen mag, ein Redaktionsplan kann Wunder helfen, wenn es darum geht, die eigenen Themen und Tweets bestmöglichst zu organisieren. Ein Redaktionsplan schafft Ordnung und sorgt dafür, dass die Themen und deine Ideen gebündelt werden. So gehen vor allem keine guten Ideen verloren. Wenn du dann noch deinen Redaktionsplan zentral in deiner Cloud ablegst, ist dieser jederzeit für alle Beteiligten zugänglich. So können problemlos mehrere Personen am Redaktionsplan arbeiten und du holst so langfristig das Maximum aus dem Twitter-Geschäft heraus. Eine weitere wichtige Frage, die du dir ebenfalls unbedingt beantworten solltest, wer soll den Twitter-Account verwalten? Soll das Tweeten eine Sache des eigenen Unternehmens bleiben oder soll das Ganze an eine Agentur ausgelagert werden? Wenn du die Verwaltung des Twitter-Kanals intern hältst, kannst du so maximal spontan, vor allem kompetent reagieren. Hier kann man auch gleich feststellen, je komplexer das eigene Angebot ist, desto weniger ist es wahrscheinlich, dass du deinen Twitter-Account auslagern kannst. Mein Tipp an dich, lagere deinen Twitter-Account nicht aus, so behältst du die nötige spontane Kontrolle und kannst hier bestmögliche Arbeit leisten. Abschließend möchte ich dir noch ein Buch empfehlen und zwar mit dem Titel Twitter optimal nutzen. Das war es soweit zum Thema Twitter und wir sehen uns dann im nächsten Kapitel zum Thema TikTok.